Falsche Taktik Vielleicht sollte ich nicht einfach durchstürmen, sondern mit Bedacht und Vorsicht walten lassen Ja, mit Bedacht und Vorsicht walten lassen, toller deutscher Satz Okay Okay Das ist auf jeden Fall die falsche Weise Gehen wir es also neu an Hupf, 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 hupf Genau so, weiter geht's Nein, ach, verdammt Ich zeig hier genau, wie es nicht gemacht wird, also Immerhin lernt ihr noch was Hüpfen, 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 hüpfen Schnell hüpfen, hüpfen Sehr schön Ich muss sagen, ich hab auch kurz den Standort gewechselt Ich bin jetzt auf einem angenehmen Sofa Weswegen ich jetzt auch nicht mehr so ausrasten werde wohl Naja, ausrasten in Anführungszeichen, das war ja noch kein Ausrasten Aber Um einiges bequemer, muss ich sagen Ich hab jetzt auch meinen Laptop Anstatt meinen normalen Computer Ach, komm Naja, so viel von mir Moment Ach genau, dazwischen hab ich mir noch eine Milchschnitte gekannt Für die, die es wissen wollen Und Ich glaube, ich werde mich jetzt nach, in so einer Halben, dreiviertel Stunde, werde ich mir auch einen Tee machen Einen schwarzen wahrscheinlich Es ist schon spät nachts, zwei Uhr morgens oder so Ich weiß nicht, meine Uhr ist stehen geblieben Ich schätze einfach mal So Da oben will ich hin Zehn Leben waren das Allein in diesem Level Okay Weiter geht's Vorsichtig 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 Ja Warten Warten Kommst du Kommt nicht Komisch Ranke Ranke No Das finde ich jetzt mehr als beschissen Da war bestimmt was ganz Tolles Naja, ist ja gut Dann kann ich nochmal zur Ranke Alles hat was Positives Ähm Weiter geht's So Vorsicht Vorsicht Dig Ach Gott So Weiter Ich hasse dieses Level Ich hasse es Ich hasse es Oh Gott verdammt Aber ich werde keine Safe States mehr benutzen Ich werde sie nicht benutzen Einfach aus Prinzip Ich meine, wer braucht schon Safe States Für Ein normales Spiel Ja, ich brauch's Ich brauch's Safe States Aber ich benutze sie nicht Na los Hoppelti Hoppelti Weiter Okay Ich Die Fehler mache ich immer wieder Ich mache immer wieder dieselben Fehler Also Hüpfen Hüpfen Okay Immer mit der Ruhe Da kommen die beiden Da kommt der Da kommen zwei Da kommt ein Pilz Der hilft mir Weiter geht's Ranke Ranke Da will ich hin Da will ich hin Ich will zu Ranke Ranke Bonus Oh, ganz viele Münzen Münzen Ganz viele Nein, nein, nein Selbst das verbocke ich Münzen Ja, Münzen Ganz viele Naja, nicht so viele Aber Münzen Ich wette, wir sind ein ganz schönes Stück weiter Ja Und lag Mega lag Mein Gott Ich singe Summe Unglaublich schlecht Und jetzt sind wir wieder bei uns In der Unterwasserwelt Da waren wir stehen geblieben Glaube ich zumindest So Hopp, 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 hopp Hoch, 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 hoch Hoch, hoch Oben bleiben Ja Bravissimo So will ich das sehen Das ist doch perfekt Nein, nein, nein Den Tentakelviechern ausweichen Nein Oh, ich sag dir doch Ausweichen, Mario So Nochmal dasselbe Erst unten Dann oben Oben bleiben Die ganze Zeit einfach oben bleiben Jetzt seid runter Hoch Okay Okay Weiter Alles Perfekt, perfekt, perfekt Ja Gut Warten Immer mit der Ruhe Immer mit der Ruhe, Mario Deine Prinzessin wartet auf dich Und sie kann auch noch ein paar Jahre länger warten Achja, für die, die das Spiel nicht kennen Story Hintergrund ist, dass Peach von Bowser entführt wurde und Mario sie jetzt finden muss Für die, die es nicht kennen Meine Stimme klingt schon wieder voll auf Feuerwerk Denn Nur drei Schade Zwei, drei Okay Ah Fliegende Fische Nein, ich hasse fliegende Fische Rennen Das ist ein Rennlevel Renn, hüpfen Renn, hüpfen Renn, hüpfen Renn, hüpfen, hüpfen Renn, 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 renn Hüpfen, hüpfen Stopp Hüpfen, renn, renn, renn Stopp Hüpfen, hüpfen, hüpfen Ja, beim ersten Durchgang BAM! Bin ich ein Gott Oder bin ich kein Gott? Ähm, Kuss, das war Etwas überzogen Aber wir sind wieder bei einer großen Burg. Das heißt, hier ist ein Endboss-Kampf. Okay. Okay, und springen. Hier kommt nichts. Das heißt, hier kann ich einfach warten und springen. Kommt hier was? Ja, die kommen schon wieder. Aber die sind ja kein Hindernis für mich. Wieso werde ich unsichtbar? Oh, was Neues. Nein, nein. Nein. Wartest du? Oh, Mann. So, weiter. Hopp. Okay, warten und... Nein! Gott verdammt! Jetzt gehe ich einfach unten durch. Also, geh doch um einiges schneller. Oh, das war böse. Also, ich muss da in die Mitte... Und dann... Oh, etwas weiter oben versetzt hin. Äh... Nein. Nein! Nein! Nein!